Guck mal noch weiter um hier. Nur für Befugte. Chlorgeruch, okay. Waschgestorben, das schwarze Edelweiß ist ein Grab geworden. Halt, achso. Gleich wieder da. Wir müssen zum Untersuchungsraum schnell. Drei, Drei, Drei! K洩 Sie dann? K洩 Sie nicht? Ich mache die, Drei, Drei. K es nicht. Ey, das ist der Untersuch... Ach da. Ne, das ist der Glühbirne. Beim Untersuchungsraum, der nun ist verpönt. Ach, wir sind im Untersuchungsraum. Oder? Okay. Äh, da. Ne. Aber das ist der Untersuchungsraum, oder? Er kommt hier noch später. Wir haben so eine Karte hier. Okay. Block B ist doch das, was wir tun müssen. Aber nichtsdestotrotz... Oh, wann war das da? Ach, das war ein einfaches Nebending. Er fühlt sich anderen Menschen überlegen und lebt seine Machtposition auf Kosten seiner Opfer aus. Diese bezeichnet er als Frösche und stellt sie sich offenbar als einen wissenschaftlichen Versuchsobjekte vor. Er plant seine Morde im Vorfeld und wählt jedes seiner Opfer nach bestimmten Gesichtspunkten aus. Den Tatorten nach zuurteilen arbeitet der Mörder in der Heilanstalt. Oder er hat dort gearbeitet. Na, warum nicht? Sehr gut. Neben Quest. Was war das? Ach so. Wir sind jetzt in den Tatortraum, äh, oder Bereich gekommen. Deshalb. So, die Kisten müssen wir uns genauer angucken. So, die Kisten müssen wir uns genauer angucken. Ich vermute, dass man so ein Leben langer hat mit dieser kleinen Warte zu verhören. Die Kisten-Aber-Geräusche sogar gab es den Luft. Wie generosig. Dirt und Sweat. Sie waren hier für Tage, an der Schmerz. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial bloodloss. One poor soul found another way out. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. The doors can be opened for deliveries. Nee, ist noch nicht sicher. Das ist noch nicht sicher. Das haben wir soweit, aber die anderen, da fehlen noch Hinweise. Vielleicht in den Nebenrömen. Da sind wir hergekommen. Auf Georgisch geschrieben. N4. Alter, junger, erwachsener. Männlich, niederländisch. Eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnung zu tun, was man ihr sah. Kräftige Statur, daher folgende Dosierung angewandt 0,4 mg. Erwachsener, männlich, rumänisch. Versuchsperson, leistete wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Berührungsmittel nötig war. Sobald sie die Person beruhigt hatte, reichte die Minimaldosierung aus, 0,2 mg. Erwachsener, männlich, Ainu. Aufgrund unverständlichen Gebrabbels sei es geisteskrank eingestuft. Wegen der schmächtigen Statur reicht eine geringe Dosierung aus. Maori, unverständliches Gebrabbel, überdurchschnittliche Größe, entsprechend hohe Dosierung nötig. Alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Das war schon so. Okay, bestätigen. In der Nähe des Hintereingangs muss ich irgendwo in der Geheimtür befinden. Auf der Geheimtür ist das ziemlich zu. Das Kreuz. Eine orthodoxe Reliquary, commonly found in Eastern Europe. Now in a cell halfway up the Alps. So, was sagt denn hier unser... Wir brauchen also irgendwo eine Geheimzelle. Das haben wir alles. Mal schnell markieren. Eine Geheimzelle. Also Geheimtür, nicht Zelle. Also Geheimtür, nicht Zelle. Okay, ich muss wieder ... Mal gucken, ähm ... Funktionsfähiger Speiseaufzug ... Ja ... Das da ... Und dazu ... Gerdas Ausführung ... Okay, der Speiseaufzug war richtig. Ah, nee ... Heidi ... Nee ... Nee ... Nee ... Das hier ... Und jetzt brauchen wir bloß da was Grünes. Ist über Patienten vertrackt. Oh ... Quatsch ... Ich glaube, uns fehlt noch was. Ach, vielleicht sollte ich auf die Frage achten. Wie gelange ich an die Schlüssel für die Höhlenpforte? Über den rachsüchtigen Patienten? Ja ... Und ... Ja ... Nee ... Nee ... Ah ... Nichts davon ... Nichts davon ... Also ... Also doch Watson. Und das haben wir noch nicht. Okay ... Wo war der Aufzug? Nicht in der Wäscherei. Nicht in der Wäscherei. Und da kann ich nichts drücken. Da fehlt glaube ich irgendwas. Machen ... Meine Kameraden in Paris Schall hear about this ... Wir kommen da nicht durch, hä? Ah. Wir haben es sogar markiert und könnten fragen. Okay, pass auf. Er hat nicht reagiert. Wir haben noch eine Person, die hier reden könnte. Ich werde sie bezahlen, was sie mit Heidi gemacht haben. Ich habe Helm's door, der die die Foreigner schlussend, weißt du? Wie kann ich es öffnen? Gerda, bitte, ich kann nicht in die Mitte. Du musst mir erzählen, wie du es öffnest. Wie kannst du mit mir sprechen, als ob nichts falsch ist? Kannst du nicht hören? Heidi schreit? Schau an sie! Schau! Sie ist zufällig. Ich kann nicht meine Gedanken über ihren Schremen hören. Schau für Heidi. Wir werden dich fixieren. Ich versuche, wir werden dich fixieren. Lass es mit mir, Goethe. Okay. Was brauchen wir denn? Zwei Knöpfe, Faden, Klebstoff, Nägel. Dann gucken wir es mal hier. Hab sie! So, Klebstoff und Nägel. Die kriegen wir... Rein intuitiv aus dem Lagerraum. Rein intuitiv. Und jetzt... Nur! Aw. ид Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Oh god, die nigger. Gerda, I have a couple of questions. Yes, I... Shut your dirty little mouth, Gerda. You said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So were even. Now... What the hell? Okay, ähm... Über was soll Heidi etwas sagen? Das Schreckliche in dieser Heilanstalt. You bore us. Look, Gerda, the man is insane. The professor will treat him like she treated us. Hehehehe. Whoa, 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 whoa. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if... I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Und von vorn. Heidi, there are things I need some clarity. Ask... Oh, will we springen? Ähm... Machen wir das hier mal. I found Hell's Door, but it's not... Ach so. So. Das haben wir gemacht. Mal das hier. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that's not your little girl? I'll personally ensure that she never does to speak again! What the fuck? Äh... Ah, hier, Gerdas Behandlung. Professor Gygax. Ja! Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mine. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences where I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said... And now I say tell him! The Professor. Professor, she has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? Heh heh, you joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! I think that is creepy. Hätte man auf dem Sonntag spielen müssen. Wir haben einen neuen Hinweis. Hm. Und zwar... Nee. Der ist ja ein grüner, ne? Ja. Watson könnte ihn suchen. Hätte sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezierschlüssel zu gelangen und ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Ja, vielleicht. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Wir könnten... Er ist auf alle Fälle der Besucher, ne? Und, äh, wir helfen ihm mit... Ja, ja, ja. Nein. Hm. Der Speiseaufzug. Nein. Mit dem rassüchtigen Patienten. Ein Ablenkungsmangel, ne? Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. Ja, warum auch nicht? Macht man doch so, ne? Ja.